Scheiße, Mann, was ist denn du für ein Wichser? Alles klar, du Hurensohn. Scheiße. Ich bin nicht ein. Wichser. Scheiße, Jungs, ey, ich muss doch gleich übertreiben, ja. Naja, ich tue so, ob ich dein Geld dabei hatte. Geil, 20 Dollar. Was ist denn passiert? Oh, damit ist halt auch nicht geprügelt, ja. Kommt natürlich direkt der Gleis. Kommt der Gleis. Ah, das ist schon gut. Das ist ein Pumpe, Mann, ey. Höre, stehe ich auch mal weg, ne. So, aber viel Spaß da, ja. Ohne Führerschein. Ja, beziehungsweise wollen Sie ein bisschen Ernstchen essen. Ich habe vielleicht noch ein bisschen was dabei. Ja. Ach so, ja, kleinen Moment. Warten Sie ein bisschen. Laufen Sie bitte nicht weg. Ja, Mann, ich schliff dem Haar. Lass mich nicht so liegen. Da. Jetzt schon wieder. Angemang ist unterwegs. Hat der ein Hülsing auf dem Kopf? Hat der ein Hül auf dem Schädel? Ja, wie sind Sie denn mal dran? Komm mal mit weg. Naja, ich steck mal ein Bier an, na. Ich bin da los. So. Klicken Sie das mal genau unter die Nasse. Ich sollte Ihnen das gefallen. Weißt du, was ist mit dem anderen Herren los? Kragen würde durchdrehen. Rural talk. Rural talk. Kragen würde denken, protestieren. Wir protestieren. Wenn Sie mich hören, sagen Sie nichts. Ich bist der Hähnchen. Ja, woher soll das? Also ich hätte es noch ein bisschen drüben gelassen. Also Knossbringer geht da schon noch. Wenn ich nicht so alt wäre, würde ich sie auf die Fresse hauen. Weißt du, was ist denn hier los? Ich hoffe, die Jungs haben in den Krankenwagen. Ja, da kommt es dann jemand. Laufen Sie nicht weg. Die Mediziner sind gleich da. So hat der Kollege geschaut. Na, hallo. Und das Nutz ist. Ja, die beiden Herren haben sich gerade die Fresse eingeschlagen. Ja, dann schaue ich mal. Mach mal hier mal. Riech Salz drunter. Gucken Sie mal, der Mann ist total entstellt. Ja. Scheiße, Mann, das ist mein Gesicht. Was laberst du? Ja, ich tut dir mir leid. Hey. So, wie geht es Ihnen denn? Wo haben Sie Schmerzen? Wo ist denn der andere Wichser? Oh, fuck. Ja, den kümmert sich gerade der Kollege. Hier hat auch gerade noch so ein Wichser. Ja, der... Ich kümmere mich gleich. Warte mal. Warte mal. Ja. Mach mal erst mal dein scheiß Gesicht im Reale. So. Wo haben Sie denn Schmerzen? In meiner Leber. Ich brauche was zu trinken. Ja, das kann ich Ihnen leider nicht geben. Ja, ansonsten ist es okay. Ansonsten ist es bei Ihnen in Ordnung. Ja. Brauchen Sie ein Kühlpack oder ähnliches noch? Ja, geben Sie mal einen rüber. Ah, dann machen wir das. Hm. Also zwei Kühlpacks. Dann, wenn Sie sonst keine Beschwerden mehr haben. Ja, jetzt habe ich dabei. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Jo. Wie heißen Sie, Mann? Äh, Dr. Felix Hoffner. Alles klar, Felix. Danke für die Hilfe, Mann. Kein Problem, kein Problem. Scheiße, wer von euch wichst, dann hat mein Portemonnaie gestohlen. Scheiße, wie dein Portemonnaie gestohlen? Na, irgendwer hat mich ausgenommen, Mann. Ich lache hier rum, Alter. Scheiße, du hast doch überhaupt gar kein Portemonnaie. Ich habe irgendwas dabei ab, Mann. Ich habe die Erastung, Alter. Du hast was, bitte? Ich habe mich ausgeräumt, Lachsburg. Er war das, meine ich. Der hier. Er hier, der. Der. Ich habe mich schon geguckt, hier. Der wichst du mit dem Lippenstift, oder was? Würdest du mich eigentlich verarschen, oder was? Der war doch ja nicht hier. Der war doch vorhin noch hier, oder was? Gib mir meinen Scheiß wieder. Ansonsten haue ich doch das Maul. Das will ich sehen, Alter. Ich muss los. Komm her jetzt hier. Oh, Scheiße. Was soll denn das? Gib mir meinen Scheiß. Ja, ist doch gut, ey. Oh, kacke, ey. Oh, Scheiß. Ich bin nicht auf Wichser. Ei, ei, ei. Fuck. Was ist hier los, Sir? Was ist hier los? Ich habe einen Tanzkurs. Wie sieht das aus? Der Scheiß-Wichser hat eine große Fressin auf die Fresse gekriegt. Ganz einfach. So sieht das aus. Pass mal auf, dafür, dass du gerade ein bisschen Dreck gefressen hast, hast du eine ganz schön große Fresse, wahr? Ja, ich kann mir auch eine große Fresse erlauben, du kleiner Wichser. Ja, nur weil dich deine Mutter mit dem Riesen-Kiefer geboren hat, gibt das ja nicht so an, oder was? Boah. Echt? Ich schwöre. Das habe ich dir jetzt glaubt. Pass mal auf. Pass mal auf, Alter. Pass mal auf. Ja, ich pass mal auf. Erzähl mir mal eine Scheiße. Na ja, pass mal auf. Ich sag dir ernst ehrlich, ne? Pass mal auf. Ich pass mal auf. Ich fass dich gleich nochmal an. Du fährst mich nochmal an. Ich fass dich mal an. Ich fass dich mal an. Ich fass dich hier. Ich fass dich jetzt an. Na klar. Geil. Wann sie bitte auf sich anzufassen, Jens? Ja, das ist das. Was willst du machen? Was willst du machen, war? Was willst du machen, war? Na los, fass mich da an. Am besten an meinen scheiß Schlepphoden, Alter. Dann merkst du mal, was richtig dicker. Ja, so tief kann ich aber nicht greifen. Was lauerst du rum? Kannst du nicht so tief greifen? Geh doch in die scheiß Knie und mach einen Armlänger. Keine Ahnung, Alter. Pass mal auf, wenn ich den gleich als Punching-Bäubel benutze, hier. Nee, ne? Na, dann will ich mal sehen, Alter. Ist mir scheiße eigentlich lang durch die scheiß Knie raus, Alter. Aber so kleine Hände hab ich gar nicht, also laber nicht rum. Dann nimm halt beide Hände, wenn du so kleine Hände hast. Ich hab nicht so kleine Hände, hab ich gesagt. Ja, so will ich es haben. Scheiße, Mann. Wann halt die Fresse, Alter? Jetzt sein Rübel, komm mal auf den Volk zu labern, jetzt, Alter. Ich laber den gerade rum. Hier, komm mal die Fresse. Halt jetzt alle, die scheiß Fresse, Alter. Was ist denn hier los, Mann? Ach du Scheiße, der Nächste, Alter. Das ist der scheiß Bulle, der jetzt noch rumschreibt. Dieser glatzkopfige Scheiß-Wichser, Alter. Meinst du, ich hab Angst vor dir? Pass mal auf. Fittscheiße. Ich pass mal auf, Alter. Ey, 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 ey. Ja. Hingen Sie sich einfach die Hand. Hassen Sie sich mal so richtig an, Hand zu Hand. Warte mal, Gott. Was ist denn hier? Gott, was ist denn hier? Halt die Fresse. Ey, du Arschloch. Komm her, Mann. Lacki, 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 aus der Hüfte raus. Aus der Hüfte hab ich dich erwischt, Junge. Da liegst du. Ich sag euch jetzt mal eins, ich mach gleich mit. Ach, was ist denn hier los? Auch schon da, ja, liegt da auch. Es ist Wichser hier alles, Alter. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ich bin ruhig. Ich bin ruhig, Alter. Komm. Alter. Mal tief durchatmen hier. Ja, versteck dich mal schön an den Bullen, Alter. Ey, pass mal auf hier. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Oh, ah, mein Penis. Ja, ich halt mal gedrückt noch ein bisschen. Ich halt noch weiter gedrückt. Meine Füße. Was geht denn hier, Mann? Habt ihr ein bisschen zu viel Test-Toronen, oder was ist los mit euch, Mann? Was denn, was denn los hier? Du bist selber Test-Toronen. Ich sag dir mal eins, Glatze. Sei froh, dass ich heute einen chilligen Tag hab und mich nicht aufregen will, Mann, ja? Enric, ach du Scheiße, du bist doch der Wechsel, den ich am Knast festgehalten habe, oder? Ja, und du bist meine Bitch, Mann, ganz genau. Alter, Fick dich, Alter. Wenn du kannst, du meinen, dass ich gerade 2000 Volt gekriegt habe. Oh! Scheiße, Mann, du bist... Ja, Fick dich, Alter. Du willst mich noch... Ich hab dir schon einmal gesagt, das mit der Bitch ist nicht so ein Ding, hä? Scheiße, Mann, kann dein Kumpel zu schücherein werden, Mann? Nee, das ist so alt, Mann. Wenn er zu dumm ist, einen wegzustecken, kommst du auch du und versuchst, oder was? Weiße, halt die Fresse, Alter. Scheiße, Mann, brauchst du jemanden, der für dich einen reinsteckt, oder was, Mann? Alter, meine Mutter steckt in dich rein. Wat? Okay, Mann, das sagst du jetzt. Okay. Du, jetzt flex, aber okay. Was? Ist aber andersrum. Achso, jetzt steckt mir deine Mutter rein. Ja, Mann, meine... Ach, vergiss das, Alter. Deine Mutter sind vier Männer, so ein Ding ist das. Ja, so eine Scheiße ist das, halt die Fresse. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hast du alle deine scheiß Kumpels gerufen, oder wie? Bogen? Ja, sich das Scheiße, Alter. Pass mal auf, ich stehe gleich auf und die Sache ist klar, die geht auch. Okay, dann stehe auf, Alter. Wir können das doch auch im Sitzen klären, oder? Pass mal auf, dann stehe ich auch auf, Alter. Ich stehe auch auf. Okay, aber außerdem. Jetzt, gehen Sie aus dem Weg. Gehen Sie aus dem Scheißweg. Aus dem Weg. Wir sind ja aus dem Scheißweg, Alter. Aus dem Weg jetzt. Aus dem Weg. Ich geh aus dem Weg. Komm her, zack. Du Schwein. Ja. Ja, dann nehme ich sie die Dese weg. Das ist einvernehmlich. Alter, jetzt reicht es mir hier. Du Schwein, komm her, hier. Guck her, sie. Du Wixxer. Du Wixxer. Du wichst nicht mehr an, Alter. Scheiße, Mann. Ah, was habe ich denn gezahlt? Scheiße, wo bist du denn? Scheiße, du Wixxer. Komm her, du wichst. Was ist denn das für eine Kante? Der klebt ja alle alleine zusammen. Ja, du wichst, Alter. Mann. Mann. Die Nächsten. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. So. Halt dich schön gedrückt hier. Ich hab gedrückt. Okay, Mann. Ich sag's euch jetzt noch mal. Sei froh, dass wir heute mit Schilliten kamen. Wo sind wir denn? Sei froh. Okay. Ich glaube, ich bin fertig. Lassen Sie mich mal die Nadel hier rausziehen, meiner. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Was ist denn mit dem? Zieh mal, ja? Zwei, 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 drei. So, jetzt die zweite. Ein, zwei, drei. Zieh mal die Schillen. Oh, ja. Gibt ein Maskenverbot. Alles klar. Gut. Oh, ich hab Bock auf ein Hühnchen jetzt. Ja. Ach du Scheiße, zieh die Maske wieder an, Mann. Zieh die Maske wieder an. Ich kann hier nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr. Zieh die wieder an. Aua, au. Aua. Okay, ja. Wir wollten jetzt mal demonstrieren hier. Und friedlich sich alles gelöst werden kann hier. Ja, ganz genau. Das war eine einstudierte Demonstration hier. Sie hat er nach Hähnchen gefragt. Mitwirkenden hier. Dank geht raus an den Lust. Oh, Verzeihung. Für die Teilnahme hier. Hühnchen haben Sie. Ja, ganz will ich nicht sehen. Bitte schön. Das Ganze sollte nun mal wieder zeigen, dass das LCPD die Hosen anhat in der Stadt. Ja, aber es ist ja nicht so. Hey, wenn ich so herrlich meine Klappe in den Wald rufreißen war, du Piefke. Hey, ich glaube, mit deiner Frisur, du bist jetzt mal ganz ruhig, ja. Was willst du denn da mit deinem komischen Hut? Du siehst aus wie so ein Jazzmusiker. Du kannst froh sein, dass ich schon dreimal getasert worden bin. Ja, Christian, du wixer, verpissen dich. Wir sprechen uns wieder in der Zelle, Alter. Da mal einer diesen scheißen langhaarigen Wixer, verpissen, Alter. Du warst das da mit dem langen Haaren, Alter, wirst du das? Ey, du nicht schon, ey, du mit dem Taser hier mal weg, Alter. Ich weiß es nicht mehr, Alter, tut mir leid. Der Scheiß-Deo-Roller hat mir zwei eingeschenkt, Alter, und die Taser waren der Rest, ich habe überall schnazen. Ja. So, Meister, wie geht's dir? Scheiße. Das habe ich schon gedacht. Oh, fuck. Wo tut's denn weh? Wir haben ja gerade drei, vier Taser rausgezogen. Ach, okay, ja, wenn du es selber schon gemacht hast, ist das schon mal gut. Danke für eure Mitwirkung hier bei der Maßnahme. Ich nicht, der Kollege. Ich würde einem... Ach, der Kollege. Ach. Scheiße, bist du so ein Scheiß-Kopf, oder was? Bist du dir so ein Sex-Torist, oder wie? Nee, ein bisschen auf die Fresse. Oh, du weißt, wie kann man denn so rumlaufen? Du bist so ein Scheiß-Sex-Torist, Alter. Scheiße, ich brauche alles, was du hast. Und jetzt? Ja, warte, dann gebe ich dir mal ein leichtes Schmerzmittel mit. Bei Ihnen alles gut, ja? Ich dachte, ich habe eine Scheiß-Mutter kommen, Alter. Ja, die Tanzveranstaltungen waren ein voller Erfolg. Ja, sie wurden irgendwie beklaut, habe ich gehört. Ja, ich habe mir das aber zurückgeholt, als ich dir noch die Fresse hatte. Und hier. Ja, dann ist das super. Dann dürften wir alles haben. In diesen Kreisen zeigt man sich ja auch nicht gegenseitig an, ne? Was kickt ihr denn hier überhaupt die Handzeiten? Was ist denn mit dem Schatten? Ja, gibt das welche? Das ist so bunt. Ah, beruhigt euch mal jetzt hier. Besser für uns. Aber das geht jetzt nicht wieder los, wenn wir jetzt hier abziehen, oder? Ich hoffe mal nicht. Woher soll ich das wissen? Ich sehe aus wie der Mentalist. Nee, wenn du das jetzt gleich aufstehst und demnächst in die Fresse haust. Na gut. Schönen Abend noch, ne? Hat der Pech gehabt, ne? Ja, gut. Danke, ciao. Tschüssi. Scheiße. Einvernehmliche Schlägerei zwischen Bokern. Okay, sehr gut. Ja, äh, nein, nein, nein. Alles gut. See, see. Was machst du da mit deinen Lippen, Mann? Ja, so ist das. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Ja, Mann. Ich spüre, ich fahre es noch, dass wir beiden, Mann, ich weiß, wie es das ist. Auch geiler Spike. Okay, ich glaube, die haben es wieder der Kontrolle. Was mit euch die ganzen Scheiß-Wixer habt ihr nichts zu tun? Geht irgendwo spielen oder Auto fahren oder geht in eure Scheiß-Budel, ihr dummen Wichser, da? Ja, uff. Jetzt noch ein paar Kühlpicks reinziehen, Digga. Huuu. Ey, gestern war hier nichts los, ne? Und jetzt auf einmal sind so viele hier. Unglaublich. Ja, keine Ahnung, Alter. Ja, wo waren die zwei? Wahrscheinlich wegen der Schäßschlägerei oder so. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein, Mann. Ja, klar. Ich hab dich auch, Lieb, Schätzchen. Ich hab dich auch. Ich küsse dein Herz, Brudi. Ich küsse dein Herz. Ja, ich küsse doch dein Auge, Mann. Wir sehen uns im Klass, ihr doch. Scheiße, ich bin schön, Alter. Bis nächste Woche, sehen wir uns im Klass wieder. Ja, wahrscheinlich, Mann. Äh, Sicherheit. Denk dran, nachher kriegst du ja dein Taschengeld wieder, hä? Ja, ja, Mann, super, danke, Mann. Kussi. Ist die Polizeiarbeit, kommen wir los. Ja, können wir weitermachen jetzt. Mal eine seriöse Polizeiarbeit machen, Mann. Ganz einen Kleinschläger hier. Sie haben 800 Dollar Gehaltszahlung vom LCPD erhalten. Oh, ja. Bleiben. Ey, du scheiß Wegser, meinetwegen. Die haben die scheiß illegalen Straßenrennen verpasst, ha? Ich sag euch eins, ich zieg euch mein Zisch. Da warst du mich immer noch voll. Und dann mach ich hier den Klackmann. Hört mal aus, ich verpasse dir gleich den Zidane, ich sag's dir. Was? Ich verpasse dir den Zidane. Was ist das denn jetzt? Den Zidane, Mann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, okay. Ich geh lieber, ich weiß nicht, was das ist, man klick gefährlich. Wo meint der damit, ey? Ach du Scheiße, ey. Der Zidane ist denn jetzt, das ist ein Jad-Chen-I-Mail-Dar-Rufe, ey. Ach hier. Ho, ho, ey, grüß dich, ey. Was denn du, ey? Ho, ho, ey. Du hast mir doch gerade ein Pilzchen erreicht. Na ja, klar, ich hab dir ein Pilzchen erreicht, war? Du sahst aus, als könntest du es hier brauchen. Na ja, klar. Was war denn das? Scheiße, wiss ich aber. Ach, was ist denn ein Scheiß-Zidane? Ich erklär dir doch hier ziemlich nicht, wie die Welt funktioniert, nur weil du ungebildet bist, oder was? Ja, weil ich auch ein Scheiß-Ding, der nicht rausgekommen bin. Was ist ein Scheiß-Zidane, Alter? Pass mal auf, sonst kriegst du von mir auch ein Zidane. Ho, ho, ey. Ach du Scheiße. Was ist denn ein Scheiß-Fucking-Zidane, Alter? Was ist denn ein Scheiß-Fucking-Zidane, Alter? Unten ist die Fetisch-Party. Los, runter mit euch. Was soll? Geizt halt. Geizt halt. Geizt halt. Geizt halt. Geizt halt. Da muss ich, da muss ich. Ey, Gott, ihr seid doch scheiß-gebildete Wichser, oder? Ich weiß nicht, ob ich gebildet bin. Bin ich ganz ehrlich, ne? So. Was ist denn ein Scheiß-Zidane? Was ist denn ein Scheiß-Zidane? Was ist denn ein Scheiß-Zidane, Alter? Das mit dem... die Sicht. So, naja, ich dachte, ja, es ist wahr. Ich hab so ne... so ne etwas dickere Kasse毛... Okay, wer ist jetzt alles wegen der... Geizt halt. Geizt halt, das machen sie das, ne? Die, Grüße. Frau Haha, hieß sie. Grüße. Danke, hallo. Und du hast sie übernachtet und das ist das, was übrig geblieben ist, oder was? Ja, das ist was übrig geblieben. Wir haben da hinten ne kleine Erfrischung für sie. Mal einen Kasten Bier. Ich trinke keinen Alkohol. Ich hätt gern zwei... Ja, selbstgebrannten. Ja, genau. Das ist doch das Heizige. Der Herr kommt jetzt noch ein bisschen. Lass mir einmal ganz schnell aufs Toilette stehen. Ja, ja, klar. Entschuldigung, der Herr. Ey, jetzt herrlich, ne? Wenn ihr heute wirklich nochmal eine Eskalation wollt, dann sagt doch... Was ist denn jetzt mit dem... Oh Gott! Okay, dann geht's los! Aua! Hier, den kriegt ihr weg. Hier piep! Aua! Aua! Pacertraining! Pacertraining! Auf dem Boden mit euch allen! Du kriegst doch eine Fresse! Du kriegst doch eine Fresse! Ja, es läuft doch, Mann! Shit, Mann! Was ist denn mit euch verkehrt? Habt ihr verkehrt Luft gezogen, oder was? Ja, klar, Mann! Was? Ich sag euch eins, Mann! Was? Was? Ja, das hast du heute schon gezählt! Aber ich hab einfach einen guten... Du, setz dich auf den Boden jetzt! Scheiße, raus! Scheiße! Okay, ich nehm an, das war alles einverlebtes hier, oder? Keiner will Anzeige erstanden! Jaja, das war alles abgesprochen! Was für eine Anzeige, verpiss dich doch! Was sollte die Scheiße? Ja, 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 jetzt... Das war alles... Alles war... Scheiße! Oh, schnellst wird's zu schaffen, der! Na Larry, Kopfschmerzen? Ja, von mir auch, Mann! Ja, von mir auch, Mann! Ja, garantiert! Du hoffentlich auch! Nee! Naja! Ob er Scheiß-Teser im Boden gehabt! Glaub ich hab mich eingepisst! Wenigstens etwas! Scheiße! Das schmerzt du das! Das schmerzt du das hier! Du schuldig mal ein bisschen um! Er hat aber Wege dabei! 480 Dollar! Nicht schlecht! Guck, was der Klassen-Typ hier hat, ja! Kann ich wieder sein Geld klauen! Ah! Da hat er kein Geld dabei! Ah, ein paar Kippen! Dankeschön! Ah, die Kippen sind meine... Ah! Wollen wir sein, die Kutte noch mich dann malen? So eine Spreydose dabei, ja! Das ist Wichser! Guck mal, eine Spreydose! So, ich schreibe es drauf, ja! Rex! Ah! Hier! Ja! Sehr schön! Ah! Die Hörner und die Damen! Ich bin schon schöner! Hallöchen! Auf Wiedersehen! Da sind hier noch Leute, die versorgt werden müssen! Wie geht's dem? Hören Sie mich? Ich hab' jetzt mal kippen geklauter! Sehr schön! Ja! Geh' mal kurz zur Seite, bitte Horst! Wie ist es? Ja, ne! Komm, einmal! Riechsalz in die Runde! Scheiße! Alle mal hinsetzen und ganz ruhig! Der Wichser ist ja schon wieder dabei! Ja, Horst! Als ob ich mir die Scheiße entgehen lasse von euch! Wer hat mich angemalt! Dass sich diese Dreckspullen auch überall ein bisschen... Scheiße! Da steht hier, Mann! Ja, Mann! Vielleicht trefft ihr euch mal irgendwo privat! Ja, da steht ein Wexler hier! Ja, da steht ein Wexler hier! Also, was steht da noch drauf bei dem jetzt? Warum steht der... Wer hat mich angemalt, aber? Ja, da steht ein Wexler! Ja, da steht ein Wexler! Wie schaut's bei Ihnen aus? Ja, da ist ein Wexler! Ey, irgend so ein Wexler hat mich angemalt! Ich saß jetzt ja auch nicht wahr! Wer schraubte... Ey, wer schreibt denn auf andere Kutten, Alter? Was ist das für ein Wexler? Ja, aber es geht gar nicht! Kutten ist das Heiligtum! Ah! Ich bin mal dankbar! Halt doch mal die Fresse! Ich bin mal die Fresse! Ich bin mal die Fresse, Mann! Ich bin mal die Fresse, Mann! Wirklich! Ich hab... Alter, ich glaub' man... Ich bin mal die Fresse, Mann! Ich bin mal die Fresse, Mann! Ich bin mal ein Wexler hier! Wer ist denn Wexler hier? Wer ist denn Wexler hier? Wer ist denn Wexler? Wer ist denn Wexler? Warum schreibst du auf meine Kutte, du Wichser? Wer ist denn Wex von euch? Wer ist das denn? Und wo sind meine Kippen? Ich muss los! Meine Fresse! Hey! 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 Hey, mach das nicht! Hey, mach das nicht, Mann! Was denn? Es gibt Grenzen, Alter! Ansonsten nehm' ich ein Messer und schäl' deine Kutte von deinem Rücken, ist das klar? Jetzt glaub' ich mir wieder das Plaster festziehen... Oh, das hat aber eine Kasse drungen, Schätzchen! Ja, da musst du aufpassen, Mann! Was musst du aufpassen? Dass ich mich vor den Clowns-Baden einkacke, oder was? Schätzchen, Mann! Da legst du da mit dem Falschen an, ja? Ich leg' mich mit dem Falschen an! Mann! 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 Und mit anderen Leute meine ich mich, Mann. Ah, okay. Dann mal ich das nächste Mal nicht meinen Namen drauf, ne? Verstehe. Ich sag dir ganz ehrlich, Alter. Das ist eine einmalige Warnung. Ansonsten schäle ich die Scheiße von deinem Rücken. Ach, du Scheiße. Dann schäle ich die gleiche vielleicht das nächste Mal die Glatze, ne? Alter, ich schwöre dir. Oh ja, ich schwöre auch. Du bist die Grenzen, Alter. Und die solltest du kennen. Ich kenn die Grenzen, Alter. Du fütter Clown, Alter. Danke für deine Kippen, ha? Ja, hier nur mi, 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 ey. Wirklich. Was ist denn jetzt so? Oh, jetzt, das will nur Bekloppte hier. Oh, ist der da gerade besoffen von der Mauer gefallen? Dämliche Wichser. Das wollen wir sein Kumpels. So, können wir uns jetzt alle mal ein bisschen zusammenreißen? Aufhören uns jetzt gegenseitig alle die Fresse reinzuhauen, Mann. Ich muss sie jetzt ein bisschen feil machen. Ich bin gleich... Niemals. Ich wollen die Medics ja auch nicht überbelasten, Mann. Ich bin froh sein, dass die da sind. Ey, Tiger, was ist mit dir? Was soll denn sein? Ach so. Ja, hast du nur einen Pilz? Ja, okay. Boah, ich kippe mal, was ich hier noch hab. Vielleicht hab ich noch eine warme Pilsette. Ja. Naja, so was fast... Geh's nicht genau, was drin ist. Warte, hab mir vorhin so ein komischer Typ hier. Mach mal hier, lass dir schmecken, mein Lieberchen. Boah, das sieht aber auch schon perliger aus. Ja, ja, ich sag dir, wahr? Was die 3X darauf bedeuten, weiß ich, aber ohne. Hey. Wer da vorne innen rinne geholfen? Ich sag dir, es wäre erstmal eine halbe Stunde gut. Das sieht doch gut aus. Naja, kipp, rinne den Scheiß. Naja, klar. Mal rinne die Pfütze. Was sind denn das eigentlich für Wichser hier, Alter, Mann? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist, wahr? Ich dachte einfach, ich mach hier mal einen kleinen Ausflug in Grüne. Boah, das brennt. Boah, das ist lecker. Sag ich ja, sag ich ja. Boah, schmeckt ein bisschen nach Aschenbecher, aber es ist trotzdem voll immer nicht. Naja, das ist halt das Wichtigste, wahr? Hauptsache, halt knattert. Na ja. Na ja. Ich geh jetzt ohne was hier los, weil ich meinen Durst, als ihr prüht hier mit irgendwem, war ich... Na, ich hab mich hier noch vorgelabert und dann hat er gesagt, du Wichser, dann hab ich dem Kiefer gebrochen. Vernünftig. Und dann hat er mich angehauen und dann kommt der Nächste und dann muss ich die Nächsten drei wegklatschen. Ich hab das gesehen, ey. Du hast ja kämpft wie so ein Bär, sag mal. Wo kommst denn du her? Direkt aus dem Fibirischen Wald, oder was? Denwar. Denwar. Na ja, ist ja fast dasselbe. Na ja, ist ja auch ein bisschen abgeschieden, wahr? Na ja, klar. Boah, fuck. Oh. Hatte aber ordentlich in die Strauze bekommen, ey. Na ja, so muss es laufen, Mann. Aber wer bist du hier eigentlich mit deinem Helm? Wo kommst du eigentlich her? Ich bin Wayne, ey, grüß dich. Ich komm aus Tessa. Was bist du, Alter? Was hast du da gerade mit deiner Zunge gemacht? Ja, ich habe ganz formal gesprochen, ey. Wann, wen hast du gemacht? Wuhuhu. Also, jemand, oder? Wuhuhu. Ja, wenn man schnell spricht, muss man das mal machen, weißt du? Ah, fuck. Boah, scheiße, was willst du eddingen jetzt von mir? Taschen, hat jemand interessant frische Eier? Dann sprich doch. Ist das jetzt hier so ein Stair-Contest, oder? Ich weiß nicht, der will nichts sagen. Vielleicht will er sich entschuldigen, überlegt die richtigen Worte. Halt die Fresse, ich will mich überhaupt nicht entschuldigen. Ich wollte mal gucken, ob ein bisschen stinkst, Alter. Weil du stinken nach Schnaps, was ist es? Na ja, weil ja irgendwie ein Haufen Scheißfliegen hier mitgekommen ist, Alter. Ich war hier gestern auch und da war keine Sau hier, Alter. Ja, kannst du mal froh sein, Alter. Ich hab keine Scheiße am Schuh, ich hab wegen deinem komischen Wichserfreund irgendeinen Scheiß-Tag auf der Kutte. Und das ist hier zu weit, Alter. Ja. Ach, wir hätten da hinten drauf, ich kann nicht gut leben. Scheiße, bist du jetzt Eigentum von Rax, oder? Was geht da drauf? Ich bin kein Eigentum von Rax, ich hab dir mir gesagt, wenn er da so eine Scheiß-Aktion bringt, dann schäle ich ihm seine Kutte von der Schulter. So ein Ding ist nichts. Das möchte ich mal sehen, Alter. Na ja, pass mal auf, so ein Ding ist nichts, das ist hier zu weit. Der kommt so nach Baum und dann werden wir mal sehen, ob da irgendjemand die Kutte auszieht, ja, was, wie irgendwie in die Kutte ausziehen, solche Manöver bringt man nicht, das weiß man auch. Außer Fotzen, die wissen das nicht. Ja, da ist ein bisschen durchgeknallter, ne? Naja, durchgeknallt oder nicht, ja. Ist nicht. Hier will ich halt dran. Ja, hier will ich dran. Tämlicher Wichser. Oh ja. In Texas hätte man den auf eine Ziege gesetzt, auf eine weiße. Okay, ja. Was ist eine weiße Ziege? Ich fach einfach mal eine Runde, hat Einer Bock auf einen Donut? Ich hätte noch Eier wie Flügelwurst. Boah, Flügelwurst hast du denn mit Knoblauch? Na, ich hab Kiwi-Knoblauch gerade. Boah, das klingt ja köstlich. Nee, hätte ich jetzt ehrlich gesagt, bin ich noch ein bisschen benommen vom Hutscheider. Oh, ist doch gut, dann kann ich mir ja selber drin. Ja, ich versuch's jetzt mal mit dem Outfit. Ich bin schon aus dem Bauhäther gekriegt, wa? Was bist du, wer bist du eigentlich? Ich bin JP, Jeremy Pascal, Punk Performance, direkt aus Berlin, wa? Ja, JP. Hey Leute, wir ziehen ab, reißt euch am Riemen, ja? Na gut, besser auch. Ich wollte gerade fragen, seid ihr fertig hier, oder? Dann würden wir auch wieder fragen. Na oder wein, Mann? Na klar. Lasst mir nichts hören, Mann. Also, das ist mein Lieberchen. Ja, das ist eskaliert gleich wieder. Wir müssen jetzt mal den Bogen spannen, ja. Ansonsten würde ich den noch gleich wieder ausbauen, ja. Na gut, schon haben wir euch noch, ne? Na ja, auch. Oh, mach gut, danke nochmal. So. Und wer bist du jetzt? Ich bin Power. Power? Ja, Power. Was hast du mit der Aua? Hey, Power, wie Kraft, verstehst du? Der hat hier auch gerade drei Leute auseinander, Marlene. Oh, oh, ey. Kannst du dich da hin? Kannst du dich da hin? Power aus Denver, naja, gut. Schön, dich kennenzulernen, wa? JP, alles klar, Mann. Ich hab schon, ich hab jetzt schon so einen Wichser wie dich getroffen, ha? Aber los mit rosa Augen. Hat du wirklich? Naja, der hieß, äh, Krake. Ja, von dem, ich wurde vorhin schon mal gefragt, ob ich den kenne, aber ich kenne den, ich kenne ja keine Sau, wa? Ich hab den, warte mal, ich rufe den mal an, wa? Na klar, mach das mal. Aber das ist so ein Linker. Ah, der ist nicht da. Ja, wie das so ist bei uns, Linken. Wir widersprechen uns mal ja an dir selbst. Na ja, klar. So, dann lass uns mal, lass uns mal was trinken gehen. Meine Fahrer, Gerd. Oh, moin. Gerd, jemand, Gerd, jemand, hallo, Grüße. Gerd, jemand ein verdientes Motorrad, was da vor meinem Auto steht. Ja, ja, das meint, wa? Können Sie das bitte mal wegfahren? Ich müsste wegfahren. Alle klar, Opa, kriegen wir hin, wa? Wir wollten jetzt eben aufhören. Ihre Assistentin kriegt das schon hin. Wo fahren wir, wo fahren wir hin? Ich hab hier heute Pilos soll hier nicht sein, aber ich hab keine Ahnung, wo das ist. Das ist drüber in Dukes. Achso, die kenn ich auch gar nicht. Schauen Sie bitte. Ich hab auch nicht, ob da was los ist heute, wa? Ja, ich hab nur gehört, da soll gut sein. Na ja, fahren wir mal hin, wa? Na ja, klar, gehen wir zu meiner Munzer, na klar. Dann können wir da irgendwas planen oder besprechen. Können wir hinfahren. Wuck nicht so scheiße, du Stück. So, bis später, Gewexer. Ja, wie bei dir muss er von mir, ja. Wie es not lang geht, oder was? Ja, ja, wir müssen rüberfahren. Ich hab in der Gegend auch, ich hab in der Gegend auch noch mehr in der Wohnung. Oh, gut, gut. Hat jemand getrassungsfrücher, ja? Ich hab meine Kartons hier in der Ego-Kön aufgestellt. Oh, scheiße, der Mut scheint. Wie... Oh, scheiße. Uh... Oh. Oh... Oh! Oh.